Prinz Harry. Wegen Charles Krebs Diagnose, er will seine Kinder nach Großbritannien bringen. Der Schock über die Diagnose sitzt tief, vor allem bei Harry. Jetzt scheint er zunehmend an einer Versöhnung interessiert zu sein, auch wegen seiner Kinder. Vor vier Jahren zogen sich Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, aus der britischen Königsfamilie und ihren Pflichten als Repräsentanten der Krone zurück. Inzwischen haben sich die beiden ein neues Leben in Amerika aufgebaut. Der Riss zwischen der Familie, der nach dramatischen Anschuldigungen und Vorwürfen seitens der Sussexes entstanden war, schien bis jetzt irreparabel. Punkt Doch nach der Krebsdiagnose von König Charles III, 75, kehrte Harry sofort nach Großbritannien zurück, um bei seinem kranken Vater zu sein, und scheint seine Entscheidung gegen die königliche Familie immer mehr infrage zu stellen. Er wollen nun, dass seine beiden Kinder Archie, 4, und Lilibet, 2, mehr Zeit in Großbritannien verbringen, verrät ein Insider dem OK-Magazine. Prinz Harrys Kinder fühlen sich mehr als kleine Kalifornier. Tatsächlich haben Harrys Kinder wenig Bezug zur Heimat ihres Vaters. Während Prinz Archie in Großbritannien geboren wurde, ist die kleine Lilibet eine gebürtige Amerikanerin. Auch Besucher bei der königlichen Familie, bei denen die Sussex Kinder viel Kontakt zu ihren Großcousins oder Großeltern gehabt hätten, waren selten, doch das will Harry ändern, berichtet das OK-Magazine. Harry möchte mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen und die Kinder zu ihren Großeltern und Cousins bringen, aber er muss sich erst beweisen. Das wurde ihm sehr deutlich gemacht. Die Royal-Expertin Jenny Band erklärt, Harry hat gesagt, dass er möchte, dass seine Kinder ihr Erbe verstehen und sich im Vereinigten Königreich genauso zu Hause fühlen wie in Amerika. Das sei bisher nicht der Fall und die beiden Prinzenkinder würden sich wohl eher als kleine Kalifornier fühlen. Eine schnelle Versöhnung zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie ist unrealistisch. Doch seine Frau scheint von dieser Idee wenig begeistert zu sein und will nichts damit zu tun haben und England fernbleiben. Harry hingegen ist überzeugt, dass er den Schaden, der entstanden ist, wiedergutmachen muss. Es habe emotionale Diskussionen über das weitere Vorgehen gegeben, so die Quelle weiter. Harry bedauere, wie sich die Dinge entwickelt hätten und wolle sich mit seiner Familie versöhnen, ohne einen alternativen Plan zu haben. Punkt Jenny betonte, dass Harry damit zu kämpfen habe, dass seine Kinder derzeit kaum eine Beziehung zu ihren Großeltern haben, weder väterlicher noch mütterlicherseits. Die Zeit und das Leben gehen weiter, und solche beunruhigenden Situationen zwingen Harry, intensiv über die Zukunft nachzudenken. Dennoch, so Jenny, gibt es keine schnelle Lösung für das angespannte Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater. Punkt Prinz Harry bekennt seine Liebe zur königlichen Familie. Alle hofften auf ein versöhnliches Wiedersehen angesichts der Krankheit von Charles, aber das Leben ist kompliziert und solche Familienprobleme lassen sich nicht einfach lösen. Dennoch hatte Prinz Harry erst kürzlich in einem Interview betont, dass er seine Familie lieben würde und dass Familien auch in schwierigen Situationen wieder zusammenfinden können. Ob dies auch bei der königlichen Familie der Fall sein wird, bleibt abzuwarten, aber eine Annäherung scheint nicht mehr unmöglich zu sein und vielleicht kehren die Sussex-Kinder bald zu ihren Wurzeln nach Großbritannien zurück. Prinz Harry, Maulkorb für Meghan? Schatz, es reicht! Prinz Harry lässt Meghans Enthüllungsbuch stoppen. Seit Jahren Erzählfrau Meghan, 42, gegen das britische Königshaus, berichtet Medien wirksam von den schlimmen Ungerechtigkeiten, die sie angeblich bei Hof erleiden musste. Und der liebesblinde Prinz Harry, 39, zieht eifrig mit. Bis jetzt denn nach der Krebsdiagnose seines Vaters Charles III. 75, scheint Harry ins Grübeln zu geraten, ob eine Versöhnung mit seinem Dad und Bruder William, 41, nicht doch dringend nötig wäre. Prinz Harry will für seine Familie da sein. Punkt 2 heißt es aus dem Buckingham-Palast, Charles' Krankheit wäre früh erkannt worden und er habe mit einer regelmäßigen Behandlung begonnen. Dennoch scheint die Schockdiagnose Harry aus der Schmollecke geholt zu haben. Der Prinz stieg nämlich umgehend in den Pfleger nach London, um seinen Vater am Krankenbett zu besuchen. Allerdings wieder einmal ohne Meghan. Die blieb auch diesmal mit den Kindern Archie, 4, und Lilibet, 2, zu Hause in Montecito. Ein Schritt in Richtung Versöhnung mit der Schwiegerfamilie scheint für die Herzogin weiter undenkbar. Allerdings sieht es so aus, als müsste sie bei ihrem royalen Rachefeldzug in Zukunft auf ihren wichtigsten Verbündeten verzichten. Denn Harry hat offenbar längst die Nase voll von der Dauerfeder mit seiner Familie, und zieht seiner Frau jetzt den Stecker. Ein aktuelles Schreibprojekt von Meghan, in dem sie erneut über ihre Horrorzeit bei Hof auspacken wollte, wurde auf Anweisung des Prinzen gecancelt, heißt es. Harry hat Meghans Buch gestoppt, bestätigt ein Palast-Insider im britischen Mira. Und mehr noch, auch in Interviews und Podcasts sollen nach Harrys Willen Royal-Familien-Angelegenheiten künftig für Meghan tabu sein. Schließlich gäbe es für eine Versöhnung mit Charles und William nur dann eine Chance, wenn auch Meghan mitzieht, oder sich zumindest dezent zurückhält. Auch Harrys eigene Pläne für einen Nachfolger seiner Autobiografie-Reserve legen nun auf Eis, heißt es weiter. Angeblich sehr zu Meghans Ärger, doch letztendlich hätte das Paar einen Kompromiss geschlossen, so der Insider weiter, Meghan soll stattdessen an einem Buch über weibliche Selbstbestimmung arbeiten. Ob sie dabei ganz ohne Seitenhiebe gegen das Königshaus auskommt? Dafür wird Harry wohl sorgen, sein Ziel, ein bisschen Frieden, bevor es zu spät ist. Prinz Harry, versöhnete Worte nach Jahren voller Familienstreit. Wird das Unmögliche nun doch etwa noch möglich? Prinz Harry äußerte sich jetzt unverhofft offen über eine Versöhnung mit seiner royalen Familie. Bringt die Krankheit von Vater König Charles die britische Königsfamilie wieder zusammen? Gerade einmal 45 Minuten traf sich Prinz Harry mit seinem Vater König Charles III., nachdem seine Krebsdiagnose publik wurde. Eine ganz schön kurze Zeit für die lange Anreise aus den USA. Doch nun scheint es ganz unerwartet wieder einen Funken Hoffnung auf eine Versöhnung zu geben. Der royale Rotschopf gab sich in seinem letzten Interview überraschend versöhnlich und schwärmte sogar von seiner Familie in Großbritannien. Prinz Harry, ich liebe meine Familie. Am Freitag war Prinz Harry in der US-Show Good Morning America zu Gast. Gegenüber Moderator Will Rief, dem Sohn des früheren Superman-Darstellers Christopher Rief, hatte der Ehemann von Herzogin Meghan nun jedoch ganz andere Töne angeschlagen als gewohnt. Zur Überraschung aller scheint er nach seinem Besuch bei seinem kranken Vater in England eine Versöhnung nicht mehr auszuschließen. Auf die Frage des Moderators, in meinem eigenen Leben habe ich festgestellt, dass eine Krankheit in der Familie eine vereinende Wirkung haben kann. Ist das in diesem Fall möglich? Gibt er sich zuversichtlich? Obwohl sein kurzer Aufenthalt in England zuerst für Kritik sorgte, beteuert Harry, die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar. Und fügt ebenfalls hinzu, ich liebe meine Familie. In so hohen Tönen hat der Bruder von Prinz William schon lange nicht mehr über seine britische Familie gesprochen. Steht einer Versöhnung da etwa bald nichts mehr im WG? Prinz Harry gibt jedoch weiter zu, dass er nicht zurück nach England gehen wird. Auf die Frage, ob ihm diese Distanz schwerfalle, gerade jetzt, da so viel im britischen Königshaus los sei, antwortete er, meine Familie, mein Leben in Kalifornien ist, wie es ist. Weitere Trips werden mich durch oder nach Großbritannien führen und ich werde meine Familie so häufig sehen, wie ich kann. Ich bin der Bruder von Prinz. Untertitelung des ZDF, 2020